Hallöchen und herzlich willkommen bei Abtauchen mit Plötzlich Wissen mit Julia Schnitzer und Inga-Marie Rampke und dem Dugong und André Lampe. Ja, hallo. Schönen guten Abend. Hi. 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 Wir haben heute beschlossen, dass Onesie-Abend ist. Ja, aber nur bei den Damen. Nur bei den Damen. Ja, war spontan. André konnte nicht so schnell ein Onesie herzaubern. Es ist zu spät, André. Ja, es ist zu spät. Ich habe nicht so ein Kuscheligen, aber mir fällt ein, dass ich noch ein Arbeits-Overall habe von den Johannitern in blau mit Reflexionsstreifen. Es wirkt bestimmt mit jegendem Licht toll. Ja, bestimmt strahlen. Ich liebe meinen Onesie. Das war die beste Entscheidung, den zu kaufen. Vor allem letztes Jahr während Lockdown habe ich den eigentlich nicht mehr ausgezogen. Aber es ist bloß blöd beim aufs Klo gehen. Ja. Okay. Darüber habe ich eben nicht nachgedacht, als ich dachte, ich mache mit. Ja. Das nervt. Man bräuchte diese Klappen. Windeln. Ja, genau. Bei den Comics. Diese Klappen bei dieser Unterwäsche. Das hat er leider nicht, diese Klappen. Ich meine auch nicht. Was habt ihr in den letzten drei Wochen gemacht? Äh. Drei Wochen, oder? Nee, es war am vierten. Das sind fast drei. Ach krass. Ja. Ja, drei. Ich glaube, am vierten zumindest. Ja. Ja, das sind ziemlich genau drei. Julia, du warst bestimmt wieder unterwegs. Ja, ich überlege gerade. Ich muss ja auch mal gerade einen Abend sagen von den Leuten, die alle schon da sind. Hallöchen, Fockaffe. Ich habe das erste Mal vergessen, Chatty Outland zu machen. Ach, Entschuldigung. Ich habe dich nicht daran erinnert, Inga. Nein, warum hat mich denn keiner erinnert? Entschuldigung. Schönen guten Abend, Fockaffe. Octo, Pössi. R. McHoney. Michi. Ähm. Lauchpower. Lauchpower. Hat einen Moment gebraucht, das zu parsen. Namen Lauchpower. Guter Name. Herzlich willkommen. Und alle anderen, die noch nicht Hallo gesagt haben. Schön, dass ihr alle da seid. Ja, finde ich auch. Vor allem werde ich das auch gleich sehen, sobald Chatty sich aufgebaut hat. Ich habe mich nämlich gerade gefragt, woher ihr wisst, wer da ist. Ich habe das auch. Magic. Warum wisst ihr das? Warum wisst ihr das? Wieso wisst ihr so viel mehr? Ja. Ja. Mir ist immer noch nicht angefallen, was ich die letzten drei Wochen gemacht habe. Aber, aber es gibt News und zwar ist mein Buch nominiert für das Wissenschaftsbuch des Jahres. Ja, ja, richtig. Genau. In Österreich. Für das Wissenschaftsbuch, das ist egal. Wenn alle Deutschen in Österreich wählen, dann haben die auf einmal mehr Einwohner als vorher quasi, die für das Wissenschaftsbuch gewählt haben. Nein, man darf von Deutschland auch abstimmen. Ich muss mal kurz den Link aus... Der Link ist bereits gepostet. Ah, hast du schon gepostet. Ja, geil. Genau. Also, wenn ihr möchtet, dann könnt ihr da für mein Buch abstimmen und auch für andere Bücher. Es gibt, glaube ich, vier Kategorien. Ja. Und man kann in jeder Kategorie für ein Buch abstimmen. Und da sind auf jeden Fall... Ich kenne nur ein Buch davon. Und das ist gut. Eins. Also von den Nominierten aus den verschiedenen Kategorien. Aber das ist auf jeden Fall gut. Ja, auf jeden Fall freue ich mich sehr, dass ich da auf die Shortlist gekommen bin. Finde ich richtig, richtig cool. Ja. Und ja, jetzt ist es halt so ein Publikums-Ding. Wer kann die meisten Leute animieren? Ding, aber ja. Genau. Wenn es klappt, ist cool. Wenn es nicht klappt, ist egal. Ich war nominiert. Das ist schon cool. Genau. Julia war Nominierte für den Wissenschaftsbuchpreis des Jahres. Das kommt in den Lebenslauf und so. Ja. Der Oscar des kleinen Mannes. Nein. Dann brauchst du einen Sticker. Wir müssen einen Sticker produzieren, den man vorne drauf macht. Es gibt Sticker. Mein Verlag hat die gekriegt. Ich weiß nicht, ob sie es draufkleben, weil der ist halt schon, glaube ich, groß und rund. Und es macht immer das schöne Buch kaputt. Und das ist ja auch nur... Nee, das ist qualitativ hochwertiger dann. Noch besser mit diesem Siegel. Wir sind hier immerhin in Deutschland. Wie, Inga? Genau. Ich habe es dir vorhin schon kurz gezeigt. Wie, nämlich zum Beispiel der hässliche Bestseller auf Kleber von Spiegel. Der ist richtig hässlich. Den will man eigentlich nicht... Mach den ab und kleb den bei deinem Buch drauf. Zack. Ja. Zack. Spiegel-Bestseller. Ja, genau. Genau. Das habe ich Inga gerade schon vorhin gezeigt. Habe ich von meinem Verlag geschenkt bekommen. Ich durfte mir ein Buch aussuchen aus dem Neuen. Rocco Schamoni? Ja, ich möchte das einfach wieder nachlesen. Ich bin nämlich an Silvester bei Rocco Schamoni im Schauspielhaus. Wow. Um 16 Uhr. Falls noch jemand mitkommen möchte, ich gehe mit einer Freundin hin. Und es schließen sich auch noch andere Leute an. Zu lesen? Nee. Cool, hey. Das ist ein neues Stück mit allen. Ja. Rocco und den anderen von Studio Braun. Ah, cool. Mit Chuck Halminger und Horst Schlemmer. Ich habe es gesagt. Ein Schrunk. Ein Schrunk. Ja. Geil. Sehr cool. Ja, Rocco Schamoni ist quasi mein Autorenkollege. Der ist auch bei Hansel der Blau. Das ist, glaube ich, sein zweites Buch, das er da rauskommt. Oh, nah dran war ich noch nie. Krass. Ja, aber wir kennen uns nicht. Noch nicht. Das ist alles eine Frage der Zeit. Noch. Ich bin gespannt auf sein Buch. Ich freue mich, es zu lesen. Vielleicht schenkt er dir irgendwann die Scheiße aus Gold. Der hatte mal so eine Schmuck-Serie. Das war Scheiße aus Gold, glaube ich. So. Hi Horstie. Ja. Hi Horstie. Hi Fockaffe. Ich hätte Wattwanderer nur gelesen, aber es ist ja Setwanderer. Satt. Fockaffe. Also ich weiß nicht. Ich kann auch abends Raclette essen, sodass es mir schlecht ist. Das geht so wie schnell. Musst du da echt schon mittags anfangen? Ich habe am Wochenende Raclette-Käse mir über Käse, über Käse, nein, über Kartoffeln gebacken. Oh. Das geht auch ganz ohne Raclette. Einfach im Ofen. Eine fantastische Sache. Oh, und mir fällt noch eine andere Sache ein. Also ich weiß zwar nicht mehr, was ich die letzten drei Wochen gemacht habe, aber ich weiß, was ich morgen machen muss. Immerhin. Und zwar, also eben, da kann auch jeder mitmachen, falls jemand Bock hat, ich muss auch gleich nochmal den Link raussuchen. Aber auf jeden Fall wurde ich eingeladen, bei einer Online-Meditationsstunde dabei zu sein. Okay. Und zwar macht das quasi eine, ich sag mal, frühere Kollegin von mir, also die war auch am MPI für ihren Master und die wohnt jetzt aber mittlerweile in Kolumbien und hat da irgendwie so eine Meditationsschule, aber auch so gezielt für Wissenschaftler, also nicht Esoterik-Zeug. Und die macht immer einmal im Monat eine Meditationsstunde für einen guten Zweck. Und die hatte mich angeschrieben und hat quasi gefragt, ob wir eine Meditationsstunde für die Haie machen. Oh. Und ich durfte mir, ich durfte mir dann ein Projekt aussuchen, das damit unterstützt wird. Das heißt also, die Leute, die mitmachen, das ist dann auf Spendenbasis, anstatt eben quasi Eintritt für den Kurs oder für die Veranstaltung zu zahlen, spendet jeder was. Und dann wird das an den Verein gespendet, das Geld. Also ich habe mir das Shark-Projekt rausgesucht. Das sind die Leute, die diese EU-Bürgerinitiative Stop-Finding machen. Ich glaube, davon haben wir, ich glaube, schon erzählt. Also auch immer noch an alle, falls ihr noch nicht unterschrieben habt, bitte schnell mal online eure Unterschrift setzen. Ich schicke nochmal den Link. Da geht es eben darum, dass in Europa das Haiflossengeschäft unterbunden werden soll. Ja, ich mache das mal gerade hier. Ja, cool. Dankeschön. Genau. Und wenn ihr Bock habt auf Meditation morgen, das fängt um 19 Uhr an, das ist eben online. Ich poste gleich den Link mit den Infos. Genau. Könnt ihr da gerne dazukommen. Und wie gesagt, da kann man dann spenden. Das geht dann eben an das Projekt. Und ich habe auch keine Ahnung, was da passiert. Ich habe auch selber noch nie meditiert. Also für mich wird das auch ein interessantes Erlebnis. Also ich bin auch sehr gespannt. Meditation ist klasse. Ich mache das seit Jahren. Ja, ich kann nur empfehlen. Ich bin auch. Ich habe das, glaube ich, einmal vor langer Zeit mal probiert. Es gibt für jeden eine eigene Variante. Also Meditation kann ganz unterschiedlich sein. Und ich habe es gelesen. Bei Nico. Nico meditiert auch. Ich ja, Nico. Nikolas. Wörl. Nikolas Wörl. Ach so. Sorry. Ich habe auch gerade einen Moment gebraucht. Ja, sorry. So, jetzt muss ich gerade kurz den Link suchen. Sorry. Jemand anders muss was erzählen. Ja. Lasst mich kurz überlegen. Ich habe in den letzten drei Wochen relativ viele Lesungen gemacht. Letzte Woche eine in einer Hamburger Bücherhalle, in der Manatees an der Wand gemalt gewesen sind. Für einen Satz. Das hat den Dugong sehr gefreut. Ansonsten hatte ich mit. Hm? Was? Ich habe es gesehen auf Instagram. Du hast ja gepostet. Ja. Genau. Ich habe die Manatees gepostet. Seitdem möchte er, weil es war ein Paar, möchte Dylan gerne so eine Art Sea Mammel Tinder. Ja. Okay. Okay. Was hast du gelesen? Reiseführer für Tiere. Ah, okay. Also das über die 25 verschiedenen Tierarten und die Tiermigration da. Das original erste Buch, das ich je schrieb. Das immer noch geht. Kann ich auch zum Weihnachten empfehlen. Kauft mir Kinderbücher. Ja. Das ist wirklich schön. Ja, okay. Jetzt genug der Werbung. Ah, doch. Eine Sache habe ich noch zum Thema. Es ist indirekte Werbung. Ich mache nämlich gerade meine Website neu und habe mir jetzt dafür von den ganzen Verlagen die Cover-Dateien geben lassen. Und eine Datei ist dabei, die man noch gar nirgendwo sehen kann, nämlich die vom Meere- und Ozean-Quiz, an dem hier einige in der Runde beteiligt sind. Und das sieht richtig cool aus. Es ist eine Ohrenqualle auf dem Cover. Aber kann ich noch nicht zeigen. Schade. Ja. Gibt es erst nächstes Jahr. Aber das wäre ja sehr niedlich. Und natürlich blau und ganz schönes Blau. Ich mag das, wenn die Layouter sich so tolle Farben ausdenken und die Illustrationen sind natürlich auch ganz niedlich und so. Also im nächsten Jahr gibt es dann, seid ihr meine Quiz-Opfer. Oh yeah. 50 verschiedene Tiere, die gefragt werden, erfragt werden können. Hast du eigentlich bei den Illustrationen, darfst du da mitreden oder? Ja, ja. Nee, das ist mit ganz enger Absprache in dem Fall. Die Illustratorin war vorher keine Sach-Illustratorin. Die hat die Sach-Illus da, ich weiß nicht, also die war am Anfang ihrer Sach-Illu-Karriere, hat ganz viele andere tolle Illus auch vorher schon gemacht und macht das super, super niedlich. Aber bei einigen Sachen haben wir dann nochmal ein paar Fotos ausgetauscht. Und ich habe die Sachen alle dreimal gesehen oder so. Das heißt natürlich immer noch nichts dann, aber es ist auf jeden Fall mehrfach gecheckt. So Größenverhältnisse und so. Und das ist ja für Kinder. Das heißt, manchmal sind die Augen dann verniedlicht. Also manche Meerestiere haben ja nicht so menschliche Augen. Ja, das ist die Freiheit der Illustration. Das ist schon okay. Finde ich auch. Da fällt mir gerade ein, habt ihr eigentlich mitbekommen, dass es dieses Jahr wieder eine Science-Slam-Meisterschaft gibt? Ich habe das gestern bei Facebook zufällig gesehen. Nee, habe ich nicht mitbekommen. Aber darauf trinke ich erst mal einen Wein. Du machst eine Flasche Wein. Trinke ich erst mal eine Flasche Wein. Das war der alleine, Inga. Inga hat mir leid. Was trinkst du da, Jules? Eigenurin. Fanta, ja. Orangenlimonade. Wenn das Eigenurin wäre, hätte ich gesagt, du solltest dringend mal dich in deinem Arzt... ...orologischen Klinik vorstellen. Ja. Kann ja eine Mischung mit den Algen sein. Ich meine, Julia ist doch die qualifizierteste Algenzüchterin in unserer Gruppe. Stimmt, ich gucke mal, wie es denen geht. Ja, mach mal. Aber wie kommen die Algen? Pinkelt sie in die Algen rein, um sie dann zu trinken? Nein, da war doch in der Anleitung, dass man die für Nahrungsmittel sich da als Nahrungsmittel auch verwerten kann. Und da habe ich gedacht, vielleicht hat sie da einen Smoothie draus gemacht. Nee, also tatsächlich. Ich habe mich auch echt nicht mehr gekümmert seit dem letzten Mal und habe auch das Wasser nicht mehr gewechselt und so. Und die schwimmen jetzt oben. Sonst waren die eigentlich immer unten. Und ich glaube, unten, ich glaube, das ist tot. Die schwimmen jetzt oben, aber ist schon okay. Also wenn man die schüttelt, dann... Schaut das eigentlich ganz solide aus. Aber ich glaube, ich muss mal wieder ein bisschen ihnen frisches Wasser geben. Ja. Ja, Algencontent. Aber sie leben. Ja. Es wäre auch schlimm, wenn nicht hier. Marine, Mikrobiologin. Das wäre ganz Drama, Drama, Drama. Nein, mal gucken, wie sie den Winter aushalten. Mit nicht so viel Licht. Ah ja, nicht so viel Licht. Dann musst du uns eigentlich mal Ableger schicken. Nein, auf gar keinen Fall. Ich möchte keine Ableger. Okay. Also ich kann dir gerne welche mitbringen, wenn du welche willst. Oder schicken. Ja. Lauchpower steht auch auf eigen. Ich zeige das immer nur, nur damit ihr Reini und Nikolaus dissen könnt. Ja, aber die kann man auch anders dissen. Den kann man sagen, dass wir dieses... Wie heißt es? Magnetophon? Gretik-Phone. Was ist das? Ja. Ach so, ach stimmt. Ja. Ja, wollten wir immer noch mal. Haben sie sich gemeldet, ne? Ey, vielleicht sollten wir mal Lydia Möcklinghoff fragen und die noch mit irgendjemandem zusammen oder so. Vielleicht ist das... Lydia hat bestimmt Bock. Ja, die ist auch so witzig. Das stimmt. Ich kenne sie. Ich weiß nicht, dass die mit den Ameisenbären, aber ich kenne sie nicht persönlich. Ja. Die hat mal einen schönen Vortrag. Ja, das wird Zeit. Ja, das wird Zeit. Die ist richtig cool. Ja, wollen wir mit irgendetwas anfangen? Ja. Ach so, ich wollte noch, was ich gemacht habe. Das interessiert keinen anderen. Nein. Entschuldigung. Bauen Sendung. Feminismus. Ja, nee, ist okay. Ich habe auch nicht wirklich viel gemacht. Ja, jetzt erzähl, was du erzählen willst. Nein, ich wollte die frohe Botschaft heraushauen. Euch habe ich es ja schon erzählt. Ich werde jetzt in zwei Wochen werde ich heiraten. Meine liebe Frau Linda. Kommt fertig. Genau. Das habe ich gemacht. Da habe ich mich doll mit beschäftigt. Und ansonsten ein bisschen mit da steht es noch. Ein bisschen mit Mikroskopen. Aber keine großen Auftritte, von denen ich tolle Dinge berichten könnte. Das ist eigentlich auch perfekt. Dann kannst du dir jetzt jede Woche einen Dugong-Orakel holen, wie es mit der Hochzeitsvorbereitung weitergeht. Ja, und es gibt keinen Livestream von der Trauung. Weil der Chat das gerade fragt. Nein, gibt es nicht. Warum denn nicht? Warum denn nicht? Ich bin auch am überlegen, ob man das vielleicht auf der Feier machen könnte. Home Story. Anstatt einer Fotobox könnte man auch in der Ecke was haben. Und dann können betrunkene Menschen ab und zu mal durch den Stream wandern, wenn sie möchten. Als Erheiterung. Ich glaube aber nicht. Nee, ich glaube auch nicht. Aber eine Home Story. Wir könnten das an die Bunte oder die Gala spielen. Oder irgendwas, so eine Science-Slam- Zeitschrift. Ich glaube, die gibt es Gott sei Dank noch nicht. Na, dann wird es ja aber Zeit. Wir müssen einfach dann, ich meine, ich meine, Party ist ja jetzt eh nicht, ne? Machst du ja erst nächstes Jahr. Genau. Hoffentlich. Dann streamen wir einfach von unserem Handy. Ja, genau. Insta-Live. Ja. Oder so. Haben wir im August nächsten Jahres. Genau. Ist auch fett im Kalender. FIFA-fett. Und es passt auch Gott sei Dank, weil ich habe nämlich für nächstes Jahr in der Woche davor schon die ganze Woche verplant. War sehr schön. Deswegen habe ich mich darum bemüht, euch frühzeitig darüber in Kenntnis zu setzen. Ja. Ja, Julius, das ist wieder mein Schreibworkshop. Ich habe dieses Jahr keine Schreibworkshops, also schon Schreibworkshops gemacht, aber keine Jahresschreibworkshops. Und nächstes Jahr ist wieder ein Jahresschreibworkshop. und das ist von Februar bis November durchgeplant. Ah, okay, krass. Alles klar, verstehe. Aber geiler als sonst. Es ist mehr an die Ferien gekoppelt. Und das heißt, ich arbeite in den Ferien, aber außerhalb der Ferien habe ich Zeit für andere Dinge. Das ist gut. Aber André heiratet ja mit allen anderen in den Ferien, weil ja alle anderen immer in den Ferien Zeit haben, im Gegensatz zu Leuten, die in den Ferien genau arbeiten. Aber in den Ferien sind doch immer die Leute alle im Urlaub. Ja, aber ich mache das für Kinder, die aus dem Gebiet, also an so... Nee, nee, ich meinte André. Ich meinte André. Aber es gibt Menschen, die haben schulpflichtige Kinder, die wir auch gerne einladen wollen von weiter weg. Deswegen, bei den meisten funktioniert es irgendwie. Macht Sinn. Heide Park? Ja, André, heiratest du im Heide Park? Nein, nein. Nein, ich heirate nicht im Heide Park. Der Heide Park hat auch zu. Ich heirate... Nein, nicht jetzt, im August André. Auch nicht im August, nein. Nein. Schade. Tut mir leid. Im Dezember im Heide Park. Ey, aber Julia, wir können über den Heide Park zu André fahren, zusammen. ja. Mal gucken, ob wir dann noch zur Hochzeit kommen sind. So, nee, André. Wir sind hängen geblieben. Nein. Wir sind überwacht, aber noch eine Runde. Noch eine Runde. Nein, Julia, der Plan ist so, wir fahren einen Tag vor der Hochzeit in den Heide Park, übernachten im Prinzessinnenzimmer, und fahren dann weiter. Klingt nach einem Plan. Irgendwie so. Und ich habe mir eine unter Wasser, ich habe mir so eine GoPro gekauft, die kann man da dann auch einanfangen. Also ich habe keine richtige GoPro, sondern eine billige Variante, weil ich werde ja wieder nach Gran Canaria fahren und dann dachte ich mir, diesmal kriege ich aber die Fische. Oh ja. Sehr gut. Wann fährst du? Anfang Januar und bis Februar. Das heißt, ich bin dann auch von Gran Canaria und ich habe mir ein transportables Licht auch besorgt, was jetzt nicht an ist, aber dann, sodass wir nicht wieder so wie dieses Jahr Sonntagnachmittag um 15 Uhr streamen müssen. Weil nur dann, weil es nur dann hell ist. Ja, genau. Sehr gut. Ja. Schön. Ich bin dann vorbereitet. Ja. Was haben wir denn vor uns? Wollen wir mit dem Spiel? Nee, wir wollten Spiel erstmal am Ende machen. Ja. Ich kann mal anfangen. Soll ich mal anfangen? Fangen wir an. Ja, bitte. Ja, genau. Also, was ich mir als Thema rausgesucht habe, war nämlich, weil vor, ich glaube gerade, als wir gestreamt haben, das letzte Mal, ich glaube so 3. oder 4. November oder so, kam ein neues Paper raus. und das war sehr interessant, das war vor allem sehr interessant im Rahmen, ich hätte euch jetzt so gern ein Video gezeigt, das leider bis jetzt nicht existiert. Und zwar war ich ja im Mai, im Juni, ach, keine Ahnung, irgendwann im Sommer letzten Jahres in Mainz, um einen Vortrag aufzunehmen oder zwei Vorträge aufzunehmen, die eigentlich eine Show sein sollten, also eigentlich, dein Mikro ist sehr laut, André. Entschuldigung. Jetzt muss ich aufs Klo. Nein. Genau, es ist eine Show, die sollte in Mainz stattfinden, da sollten Science-Lammer Themen aus Abitur-Themen vorstellen. Also das war quasi extra an Schüler gerichtet. Und genau, und ich hatte da ein Thema, da ging es um Wale und dieses Thema war quasi genau das, worüber dieses Paper auch geht. Und zwar geht es um Wale, also genauer gesagt um Wahlscheiße. Ah. Und das ist ein sehr gutes Thema und ich glaube, das ist eigentlich auch ein total cooler Vortrag, aber ja, eigentlich sollten im Sommer diese Videos sind aber nicht, sind sie aber nicht und ich habe auch jetzt vor ein paar Tagen mal eine E-Mail geschrieben und gefragt, wie das denn ausschaut, habe aber keine Antwort bekommen und hatte eigentlich gehofft, dass vielleicht irgendwas kommt bis heute, dass man vielleicht dieses Video angucken kann, aber leider nicht. Naja, genau, auf jeden Fall geht es da, also geht es quasi im Prinzip um den Gedanken, dass Wale ganz, ganz wichtig sind im Nahrungsnetz der Meere. Also weil Wale fressen Grill und Wale kacken aber auch wieder. Und diese Kacke ist dann eben ein Düngemittel für Algen oder Phytoplankton und das wird eben wiederum gefressen vom Grill und so ist das quasi ein Kreislauf. Also der Grill ist quasi eigentlich abhängig von der Wahlscheiße. Und das ist die Idee dahinter, also vor allem, weil eben das Eisen in der Wahlscheiße der entscheidende Dünger ist. Okay. Alles gut, André? Das Eisen in der Wahlscheiße ist schön. Ja. Und genau und jetzt kam, genau, also dieser Gedanke ist schon, das ist die Wiener Süß, die Wahl Kohlenstoffpumpe wird das glaube ich auch genannt. Also das Wale eben auch wichtig sind, um das Phytoplankton Blums sich bilden und dann eben Phytoplankton ja auch wichtig ist, um CO2 aus der Atmosphäre aufzunehmen und dann teilweise sinkt das eben auch ab in die Tiefsee und so wird eben CO2 aus dem System genommen. So, dieses neue Paper, das da jetzt, das ihr da gerade seht, da geht es darum, dass die Leute sich eigentlich mal genauer angeguckt haben, wie viel Wale fressen und sie haben dann festgestellt, dass das viel mehr ist, als man vorher dachte. Also jetzt möchte ich mal ein bisschen in meine Aufzeichnung reingucken. Wo soll ich mal hinscrollen? Nein, warte mal, das können wir nachher nochmal durchgucken, weil ich habe, weil ich ja dachte, dass wir das Paper gar nicht, wir gucken das nachher an, ich erzähle erst mal und dann können wir da reingucken. Genau, also sie haben dann festgestellt, dass Batenwale dreimal mehr fressen, als man vorher gedacht hätte und das sind ungefähr 16 Tonnen Grill am Tag im Schnitt, was ganz schön viel ist und sie haben auch festgestellt, dass die Waren nur ein Drittel des Jahres überhaupt fressen, also zwei Drittel des Jahres fressen, eh gar nicht. also es sind quasi nur nur relativ, also kurze Perioden, wo gefressen wird und dann bewegen die sich wieder und so und genau und sie haben halt auch festgestellt, dass vor allem das Wale auch in tieferen Regionen fressen, also nicht nur an der Oberfläche, sondern dass auch Grillvorkommen in tieferen Regionen sind und dass sie das rausgefunden haben, verdanken sie halt einfach anderen Techniken, die sie benutzt haben, weil wie findet man denn jetzt raus, was, wie viel ein Wal fressen kann? Foraging measurements? Ja, zum einen haben sie halt bei gestrandeten Walen in die Magen geguckt, wie viel da drin ist, ach sorry, ich habe ein bisschen einen Frosch im Hals. und sie haben halt auch auf andere Tiere geguckt und geschaut, wie viel fressen die, wie ist da ihr Stoffwechsel, was brauchen die Zellen und dann haben sie das hochgerechnet, also du könntest jetzt natürlich auch irgendwie auf Delfine gucken oder vielleicht auf Orcas, das sind natürlich auch wieder, das sind Zahnwale, das ist wieder ein bisschen anders, aber so ein bisschen die Größenordnung, aber ein Blauwal ist halt schon dreimal größer als ein Orca, also du kannst dich halt da irgendwie annähern. Das waren die alten Methoden, die benutzt wurden und was die jetzt eben bei dem Paper gemacht haben, sind verschiedene Sachen, also zum einen haben sie Drohnenaufnahmen benutzt, das heißt, sie konnten von oben einfach die Grillflächen viel besser sehen und sie konnten auch viel krasser sehen, wie sich dieses Maul aufspannen kann. Ich glaube, wir haben das letzte Mal da auch so ein Video geguckt, wo man so ein Blauwal gefressen hat und da hatten sie auch wirklich unterschätzt, wie viel Wasser da rein. Und sie haben die Wale eben auch mit Tags markiert, deswegen konnten sie eben auch gucken, wie tief die tauchen, wo die dann auch Fressverhalten zeigen in welchen Tiefen und sie haben, ich glaube, das war mir in dem Paper eben nicht so ganz klar, ich glaube, an diesen Tags hatten sie dann eben auch so einen Echo-Sound da dran und damit kann man dann eben akustische Messungen machen und kann so die Grilldichte bestimmen und anhand der Grilldichte konnten sie dann eben die Masse berechnen, die da eben aufgenommen wird von einem Baal. Also man kann Grill bei im Sonar sehen, weil das so große Wolken bildet? Ja, du kannst anscheinend Algen und Grill sehen damit, ja. Okay, krass. Also weiß ich auch nicht, aber anscheinend geht das. Und also ich glaube, das erklärt wahrscheinlich das High-Resolution im Titel, ja. Ja. Und ja genau, also anscheinend Algenmessung gibt es auch, also gibt es wohl auch schon länger, dass da mit Algenmessungen gemacht werden und so. Genau, und damit konnten sie halt diese neuen Berechnungen machen und haben halt gemerkt, okay, Wale fressen viel mehr, als wir vorher dachten, also dreimal mehr, als wir vorher dachten. So, warum ist das interessant? Das ist ziemlich interessant, weil eben im 20. Jahrhundert ohne Ende Walfang betrieben wurde. Also wirklich ohne Ende. Also vor allem auf Bartenwale, also Blauwale, Buckelwale und Finnwale. Und vor allem Blauwale hat das da sehr krass erwischt. Also da sind in 60 Jahren ist die Population von 360.000 auf 1.000 gesunken. Walfang betrieben. Das ist ganz schön heftig. Also die haben sich ausgerottet. Und in 100 Jahren wurden ungefähr zwei Millionen Bartenwale getötet. Und dann hat man eben eigentlich gerechnet, okay, diese ganzen Wale sind weg. Und aufgrund dessen dachte man, okay, dass 430 Millionen Tonnen Grill nicht gefressen wurden, weil diese Wale weg sind. Dann würde man denken, okay, dass es dann mehr Grill gibt als vorher. Ist aber nicht so. Es gibt tatsächlich weniger Grill als vorher. Und das hat eben genau mit dieser Walpumpe zu tun. Das heißt, also früher war das so, wenn du in den südlichen Ozeanen, also alles so um die Antarktik rum gefahren bist, wo die Leute eben sehr krass Walfang betrieben haben, da war zu den quasi saisonalen Wahlzeiten war da alles voll. Also wenn man sich da so Tagebücher anschaut, was die Leute da geschrieben haben, die haben rausgeguckt und man hat überall diese Wahl, wie nennt man das auf Deutsch? Blows, diese Wahlblaswolken. Tienen. Ja, den Blas. Tienen. Und genau, also alles voll mit Wahlen und das ist ja jetzt überhaupt nicht mehr so, weil die so ausgerottet wurden. Und man geht jetzt eben davon aus, dass, weil die Wale so ausgerottet wurden, gerade der Südozean eine Wüste geworden ist, weil eben die Wale fehlen, die das Grill fessen und dann wieder das Eisen zurück an die Algen gehen, weil das ist der einzige Eisenkreislauf, der dort ist. Und jetzt gibt es natürlich die Idee, dass also, dass zum einen die Wahlpopulationen sich halt gar nicht mehr richtig erholen können, weil dieser Eisenmangel da ist, nicht genug Grill da ist und dass dieser Kreislauf gestört ist. Und jetzt gibt es halt auch Ideen, die vielleicht auch schon mal gehört, dort gezielt Eisendüngungen zu machen. Das war auch immer ein Vorschlag, um CO2 aus der Atmosphäre zu kriegen, um dem Klimawandel entgegenzuwirken. Und jetzt ist hier eben die Idee, gezielt Eisendüngungen zu machen, um eben das Phytoplankton-Wachstum anzuregen, um wieder den Grill anzuregen, um den Wahlen wieder genug Nahrung zu geben, dass die wieder zurückkommen können und dieser Kreislauf sich wieder normalisieren kann. Ich finde das eine sehr interessante Idee und ich finde das auch eine wichtige Sache und da wird eben auch gesagt, das war halt noch vor 100 Jahren, war das eigentlich noch alles in Ordnung und wir haben das halt kaputt gemacht und vielleicht müssen wir da jetzt was tun. Genau. Ja in den 80, also es wird dann wieder besser ab den 80er Jahren, weil dann so die internationale Walfang-Abkommen geschlossen wurde, dass eben Wale nicht mehr gejagt werden sollen, wo sich ja die meisten Ach, man konnte mich nicht hören. Danke, Horstie. Ja, aber genau, Walf, sieht man ja, steht ja auch, Änderung der Wahlpopulation 1910 bis 1980. Aber es fängt nicht bei 360.000 an. Nee, das stimmt. Doch. Also ja, das sind doch 40, zwischen 40 und 50.000. Das stimmt. Ja. Ja, das stimmt. Ist das nur 0 zu wenig? Keine Ahnung, wir wissen es nicht. Oder habe ich mir eine 0 zu viel aufgeschrieben? Vielleicht, aber selbst das passt nicht ganz. Aber es geht ja um, es geht um die allgemeine, ja, wo haben die ihre Zahlen her? Wir können auch in das Paper reingucken, die Zahl kommt aus dem Paper. Ja, cool. Dann wissen wir im Paper zumindest, wo die Zahlen mal herkamen. Also meine Zahlen kommen aus dem Paper. Das ist gut. Das kann man nachvollziehen. Okay. Das ist irgendwo eine Einleitung. Aber wir können auch, ich kann es jetzt nicht, für mich ist das zu klein, ich kann es nicht sehen. Ah, jetzt. Ja, die Tonnen von dem Grill ist da im mittleren Teil. Mach doch mal eine Search, André. Was willst du wissen? 360. Vielleicht, oder hätte es doch woanders raus, weil ich habe zuerst einen anderen Artikel gelesen und dann von Nature und dann habe ich das Paper erst gekauft. Ja, das Klassiker-Ding. Ja. Nee, das war aber auch von Nature. Also ich wurde ja darüber gelinkt. Ja. Naja, das kann man ja auch später nochmal irgendwie herausfinden. Es geht ja auch eher darum zu zeigen, dass es extrem stark abgenommen hat. Also natürlich ist ja radikale Abnahme. Ja, du kannst mal ein bisschen runterscrollen beim Paper, André. Man sieht die Wahlschreise, da sind nämlich Bilder von der Wahlscheiße. Falls ihr euch schon immer mal gefragt habt, wie Wahlscheiße ausschaut, da ist es. Übrigens, es gibt zum Beispiel die Wissenschaftler, die dieses Paper geschrieben haben mit dieser Wahlkohlenstoffpumpe, weil die eben auch Proben genommen haben von der Wahlscheiße, um dann auch zu gucken, wie sich da eben die Mikroorganismen verändern und so. Die hatten, um Wahlscheiße zu finden, einen Hund auf dem Boot, der darauf trainiert war, die zu finden. Weil ich meine, das Ding ist natürlich, wenn du sowas studieren willst, dann musst du ja erstmal einen Wahl finden und dann musst du ja halt auch kacken in dem Moment. Ja. Das ist nicht so einfach. Ja. Und da hatten die einen Hund, der darauf trainiert war. Ist das, also ist das dann, versuchen die ja einen Könnel aus dem, aus dem Wasser zu fischen? Das sieht so flüssig aus. Nee, das ist flüssig. Nee, die haben, also ich meine, nimmst du halt einfach eine Flasche oder so. Weiß nicht mehr, wie ist das genieße. Okay. Okay. Genau. Und da links, wenn du mal aufs Bild gehst, da, genau, da sieht man so, da haben sie mal so exemplarisch gezeigt, dass die Wale eben da auch auf 100 Metern fressen. Und da hast du so den Verlauf wieder so. Also hier. Umschwimmt, genau, geht runter, das Grill ist so auf 100 Metern. Und sonst weiter unten. Runterskreuz, hier hatten wir so ein paar Grafiken. Das hier? Nee, das weiß ich gerade nicht mehr, gehen wir weiter runter. Wie gesagt, ich war jetzt nicht mehr Ach ja, ja, das ist quasi hier, also ich meine, das ist vielleicht ganz gut zu sehen, ein bisschen die unterschiedlichen Wale, auch mit der Größe, weil die schön, dass du darstellst, mit dem aufgeblasenen Maul. Genau, das sind quasi so die, der Durchschnitt, was die fressen. Warte mal, ich mach mal, ich mach mal größer, damit man es besser sehen kann. Das ist jetzt, das links ist ein Buckelwal, das in der Mitte ist ein, Finnwal und das ganz rechts ist ein Blauwal. Genau, und dann ist das quasi, die blaue Linie jetzt beim Blauwal ist eben der Durchschnitt von was sie fressen am Tag und genau, und wie sich das dann auch summiert auf 180 Tage. Also wie gesagt, genau, sie fressen halt eben nur so ein Drittel des Jahres. Krass. Fand ich auch krass, dass die nur, also nur so selten fressen. Ich dachte, die müssen irgendwie die ganze Zeit fressen, weil die so eine Masse. Ja, könnte man annehmen, ne? Riesen Viecher. Ja, und ich finde es halt auch wieder cool. Tonnen pro Individuum pro Jahr ist auf der Hochachse. Also Blauwal im Schnitt 1500 Tonnen Grill. Ja. Alter Schwede, ey. Ja, 16 Tonnen am Tag, ja. Ja, das sind andere Dimensionen, ne? Ja. Ja, genau, und dann ging es natürlich auch darum, dass natürlich auch dieses, das Grill, also ist ja nicht nur für, für Wale da, sondern Fische und so fressen, fressen das ja auch. Und, ähm, das heißt, wenn du jetzt wieder eine bessere Walpopulation hättest, dieser Kreislauf wieder besser erhalten ist, dann könnte das halt auch Fischbestände, ähm, wieder erholen. Also, dass immer dieser Gedanke, Fischer, oft war ja auch Walfang begründet, damit, ja, die fressen uns die Fische weg. Was halt Bullshit ist. Ja. Und, ähm. Das heißt also, diese Wahlkohlenstoffpumpe ist etwas, was den Grill nach oben ballert, was dann für Fischbestände einen Vorteil gibt, weil die dann auch das, okay, ja. Genau, weil, ja, genau. Und, genau, man sieht ja auch, die Wale sind weg und es gibt weniger Grill als vorher. so. Das ist krass. Weniger Fisch. Ja, das ist krass, ne? Ja. Ja, schönes, schönes Beispiel, wie man halt auch heutzutage noch so Sachen findet, wo man gedacht hätte, das wüsste man schon längst. Hm. Wie viel so ein Wahl frisst, aber nein, wir wüssten es nicht. Klass, ich mach nochmal die Kacke groß, weil das fand ich, also Entschuldigung, aber, äh, finde ich doch durchaus zeigens und, äh, sehenswert. So. Das da ist, ja, diese Spuren, das sieht abgefahren aus. Schön, Gott sei Dank geruchslos. Ich weiß nicht. Also jetzt, jetzt, ja, 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 Ich weiß nicht, ob sie stinkt. Keine Ahnung. Ich weiß, dass Wale pupsen. Also, abgesehen von Kacken. Ich weiß nur, dass die Blaswolken extrem stinken, wenn man nahe dran ist. Echt? Ja, so nach Fisch und so. Also sind anscheinend echt eklig. Okay. Also ist, deswegen stinkt die Kacke sicher auch. Ja, also ist, äh, die, die ganze, äh, Jona-Nummer vom Wal verschluckt zu werden, ähm, wahrscheinlich, ähm, olfaktorischen Erlebnis, ja. Hast du vorher gedacht, dass wir, das wäre ein schönes Erlebnis? Nee, nein, ich dachte nicht, aber das ist, also, es überrascht mich jetzt, dass die Fontäne richtig stinkt. Wie du das sagst. Ich habe es selber auch noch nicht gerochen, aber ich habe es schon von mehreren Leuten, berichtet bekommen. Okay. Ich war noch nicht so nah dran bis jetzt. Statt Mundgeruch. Blasgeruch. Ja, oder, ja, ich weiß nicht, also bei den Wahlen, wo ich nah dran war, keine Ahnung, entweder haben die nicht, äh, die haben Odol gegurgelt vorher. in dem Moment, oder, ja, oder die, Mundgeruch hat. Weiß nicht, ich habe nichts gerochen. Meine Wale haben nie gestunken. Lucky you. Voll gut. Ja, das war es auch schon von mir, eine kleine Exkurs, äh, zur Wahlscheiße. Und, ja, ich hoffe, dass das Video mal bald demnächst rauskommt. Ich glaube, das ist ganz witzig. Ja. Ah. Ja, und wir schmeißen auch den Link zu dem Paper nicht in den Chat, weil, das ist natürlich hinter einer Paywall, aber hier oben zum Mitschreiben gibt es den DOI. Ich gucke mal, ob ich, ja, den DOI kann man ja schon reinschmeißen. Ja. In den Chat. Ich gucke mal, ob ich quasi den Artikel finde, der mich dahin verlinkt hat. Weil dann, also den kann ich ja dann reinschmeißen, dann kann man da auch hin, gehen, wenn man möchte. Wenn ich es wieder finde. Du findest das wieder. Es ist nur eine Frage der Zeit. Das ist mir eben auch so passiert, als ich versucht habe, durch meinen Kram durchzublicken, den ich vorreitet habe. Irgendwann findet man es wieder. Soll ich dann weiter? Ich weiß, woher ich die Zahl habe, die 360.000 zu 1.000. Die Zahlen kommen aus The Atlantic und das ist eigentlich ein, Ja, stimmt. Das ist eine gute Quelle. Also da regelt es sich. The Atlantic. Okay. Sehr schön. Inga, was soll ich für dich anschmeißen? Du hast mir zwei Sachen geschickt. Aber du hast gesagt, es soll... Nee, noch nicht. Noch nicht. Noch nicht. Noch nicht. Ja, also es fing damit an, dass Julia mir ein Paper geschickt hatte, was sie gefunden hat und damit habe ich gedacht, wie verständige ich mich heute. Das habe ich auch getan, um dann das Ganze zu verwerfen, weil ich das dann irgendwie... Ich weiß nicht, ich fand es dann zu langweilig für mich. Oder ich war zu unkonzentriert. Inga, dafür ganz, ganz kurz, dann haben wir das noch nicht... Ich habe es gefunden, wo ich es gefunden habe und zwar, ich habe hier einen Link, wenn ihr da, wenn ihr da runterscrollt bei diesem Link, dann kommt irgendwann Boost Hungry Whales to Restore Ocean Life und da ist dann unten Reference Nature Paper und wenn du da draufklickst, kommst du auf das... Ganz offiziell, du kannst es dir halt nicht runterladen, aber du kannst es... Ist es bei euch auch so, dass manchmal die Akustik komisch ist heute? Okay. Ich höre euch gut. Das ist schon mal... Das ist gut. Ich höre dich nämlich manchmal auch nicht in so kleinen Momenten. Das tut mir leid. So, ich packe einfach mal... Okay, ich bin fertig. Gut. Ja, also bei mir ging es in dem ersten Paper, was ich jetzt nicht weiterverfolgt habe, was Juice mir geschickt hatte, ging es um die Kommunikation von Seehunden unter Wasser und wie Tiere unter Wasser kommunizieren können und Seehunde können zum Beispiel mit den Flossen schlagen und dann ist die Frage, warum tun die das und man weiß es nicht und es gibt viel zu forschen und dann habe ich das Paper brav gelesen und dachte, es ist so viel zu forschen, es gibt sehr wenig Grundlagenforschung, es ist schwierig zu zeigen. Irgendwie bin ich demotiviert, das jetzt nochmal alles aufzuarbeiten und bin dann aber mal wieder von Holzchen auf Stöckchen gekommen und bin dann bei einem Thema gelandet, das geht auch um Kommunikation, aber André und Julia wissen nicht, worum es geht und ich fange mal mit einem ersten Bild an für alle. André, du kannst es ja auch mal groß machen. Ja, warte. Ich habe es in den allgemeinen Chat gehauen. Es geht um dieses U-Boot. Ja. Dieses U-Boot hat eine Geschichte und vielleicht kennt ihr das deswegen, weil es ist der Whisky-on-the-Rocks-Fall von 1981. Schon mal davon gehört? Nee. Das ist ein russisches Atom-U-Boot, was in Schweden vor Stockholm oder so, also auf jeden Fall in einem Hochmilitärbereich rumgehangen hat, ohne es zu dürfen. Das haben die Schweden mitbekommen. Es war damals kalter Krieg und der Westen fühlte sich abgehört und es ist echt kurz vor knapp wohl gewesen, weil die dann den U-Boot-Kommandanten aus dem Boot geholt haben nach dem Motto, ja, du musst jetzt aber erklären, wie kommst du bei uns in diesen Hochsicherheitsbereich und dann haben die beiden währenddessen auch nochmal Proben genommen, weil sie sich nicht sicher waren, ob das jetzt vielleicht wirklich ein Atom-U-Boot ist und es ist eins. Und der hat dann natürlich sowas gesagt wie, ja, nee, es war ein Navigationsfehler. Falsch abgebogen. Falsch abgebogen. Ja, kann ja mal passieren. Ja, ist aber, ich meine, wer weiß, also wer sich als Segler vor der schwedischen Küste auskennt, das ist alles voller Scheren, alles voller irgendwelcher extra vorgelagerten Steininseln und so, man muss da navigieren können. Also sie sind da nicht irgendwie hingekommen. Aber man wusste, also die Schweden waren dann total alarmiert und waren auf der höchsten Sicherheitsstufe und es wurde gerade noch so abgewendet, da so einen schlimmen Ernstfall draus zu machen und irgendwie das eskalieren zu lassen. Und dann waren die aber super vorsichtig danach und haben gedacht, also irgendwie, wir überwachen das jetzt mal. Nicht, dass die Russen da wieder ankommen. Und haben dann mit Unterwasserhydrofonen auch immer geguckt und alles sind alles abgeflogen, auch mit dem Hubschrauber und all so ein Kram und haben immer so komische Geräusche gehört. Und haben dann im Folgejahr sogar wegen dieser Geräusche, die sie gehört haben, haben sie gedacht, das müssen die Russen wieder sein, aber sie sehen nichts. Manchmal blubbert es irgendwie im Wasser und sie haben das alles akustisch schön aufgenommen und haben dann mit U-Booten gesucht und haben mit einem Helikopter gesucht und es war kein Russe zu sehen. Irgendwann war der Kalte Krieg zu Ende, aber die Geräusche sind geblieben. Okay. Egal, die Russen sind da. Aber, aber, aber echt. Genau. Und ich habe mir überlegt, wir fühlen uns da jetzt mal so langsam ach ran. Ich bin mal gespannt, ob ihr rausfindet, worum es geht. Nächster Link, nächster Link ist folgender. Ich habe dann versucht, dieses Geräusch zu finden, von dem 1996 wurde das dann aufgeklärt am Ende, was es ist und es hat was mit Gehör zu tun, zum Thema Kommunikation und Gehör. Deswegen habe ich euch da diesen Dositz-Link hingepackt, denn das ist eine sehr interessante Website, die rund um die Unterwasserakustik läuft und da geht es darum, wie hören Fische. Okay. Das ist eigentlich nur, man kann das jetzt runterscrollen und sich auch später mal in ordentlich durchlesen. Fische haben eine Nähe zur Schwimmblase. Geh mal ein bisschen weiter wieder nach oben, bitte. Da. Nee, weiter unten. In der Mitte ist so ein, ja, da, dieses Grüne da. Da, die haben so einen Bereich, so ein Bereich, neben, also je nachdem, welche Fischart, die haben ein Innenohr und sind, haben ihre Schwimmblase in der Nähe und können dann, je nachdem, wie nah die Schwimmblase ist, Vibrationen hören und auch Geräusche. Man weiß von unterschiedlichen Fischarten, dass sie eben unterschiedlich gut hören können und in diesem Fall wurde sogar der IG Nobelpreis verliehen in diesem Jahr, Jahrtausend sogar, weil dann 1996 wurde ein Däne drauf angesetzt, auf dieses Geräusch und es hat was mit Hören bei Fischen zu tun. Also nicht nur mit Hören, man vermutet, dass es mit Hören bei Fischen zu tun hat, Also ein Däne wurde auf diese Geräusche in dem Militärsperrgebiet in Schweden. Alles klar, jetzt bin ich wieder bei dir. Ganz genau, genau, sorry, das war vielleicht nicht ganz so gut übergeleitet. Ich war noch bei der Schwimmblase. Ja, bei der Schwimmblase, ja, es hat nämlich was mit der Schwimmblase zu tun. Und zwar, jetzt kannst du mal vom Hören zum Schwimmblasen-Thema, ich habe den Aufbau des Herings dir geschickt. Ja. Klick mal bitte das Paper zum Aufbau des Herings an. Da ist der Hering. Da, da. Genau, machen wir größer. Der Hering, genau, der Hering hat auch ein Innenohr und der hat auch eine Schwimmblase. Und der hat, sind aber weit voneinander weg. Ja, das ist weit voneinander weg. Der kann etwas machen. Ach ja, ich weiß wieder. Ich weiß wieder, ja. Ja, ich weiß es jetzt. Okay. André weiß es noch nicht. Nein, ich weiß es noch nicht. Ja, ich weiß es noch nicht. das ist schön. Also, es gibt hier so Verbindungen, dass, ähm, der Magen und das Interessante, wir hatten, was hatten wir letztes Mal, hatten wir Darmatmung. Wir haben jetzt genau das Gegenteil. Wir hatten die, wie hieß sie nochmal? Darmatmung, bei Fischen hatten wir. Furzgrundel. Die Furzgrundel, Genau. Gewitterfurzer. Gewitterfurzer. Genau. Und ich weiß nicht, wieso es jetzt schon wieder, doch, ich weiß, warum das so ist. Ich hab, äh, ich hab halt nach Kommunikation geguckt, Kommunikation unter Wasser und ich hab auch einen Typen angeschrieben, aber es war einfach zu spät. Ich hab Toni angeschrieben, das ist ein Unterwasserforscher, der nächstes Jahr in 22 eine große Unterwasserakustikkonferenz in Berlin auch macht, weil ich wollte die Geräusche vom Hering haben. Denn das, was die gefunden haben, von denen die Schweden dachten, dass es mit dem russischen U-Booten die doch irgendwo sein müssten und der schwedische, der eine von den Ministern, der hat das Ergebnis am Anfang nicht geglaubt und hat weiter nach U-Booten suchen lassen. Das war etwas, was man hier sehen kann. Denn die Heringe, die haben die Schwimmblase mit ihrem Magen verbunden und mit dem, mit der Analöffnung. und die machen Geräusche, die furzen, um es kurz zu machen. Die furzen, indem sie Wasser, so wie die Furzgrundel, aufnehmen und dann wieder ablassen, aber nur zu bestimmten Tageszeiten, nämlich immer dann, wenn die Nacht einbricht und man vermutet, weil es sich wirklich auf den Abend bezieht, dieses Geräusch, dass die dadurch, die können dieses Geräusch, weil sie selber sehr gut hören können, in der Frequenz untereinander hören. Andere Tiere können das Geräusch, was diese Heringe produzieren, aber nicht hören. Und die atmen Luft ein und stoßen die Luft über die Schwimmblase und dann den damit verbundenen Analkanal wieder aus. Und das hört sich wohl und ich habe leider noch nicht das Geräusch offiziell gefunden für euch. Ich kann euch gleich einen Link schicken, aber das ist keine Open Educational Resources, das müsst ihr euch selber anhören. Das ist so ein bisschen wie wenn man Bacon frittiert. So, es sind kleine Luftbläschen, die so dann zerplatzen. Also so ein eher knisterndes. Ja, Julia? Ich habe nur Bacon gesagt. Achso, ja. Bacon, genau. Es sind aber sehr viele Bacon und die haben das genauer untersucht und dafür habe ich dir dieses Paper noch geschickt, André. Das heißt RFT. Das ist die Fast Repetitive der Fast Repetitive Tick. Und Pacific und Atlantic Herring produce birth pulse sounds. Da steht das dann alles drin. Wie die das gemacht haben, die haben rausgefunden, das habe ich da in gelb markiert, die brauchen langfristig Zugang zur Oberflächenwasser, die machen auf diese Pupsgeräusche, die FRTs, wie sie so schön genannt werden. Das ist ein eigener Name, den die da machen. Genau, die machen das vor allem dann, wenn mehrere Fische beisammen sind, was dazu beiträgt, dass man glaubt, dass es eben eine Kommunikationsform ist, weil die sich im Dunkeln dann zum Schwarm zusammenfinden können. Weil sie das nämlich selber hören, aber andere Fische hören das oder andere Predators hören das nicht. Die furzen sich zusammen. Ja. Statt sich zusammenzurufen. Oh, schon wieder Versammlung. Ja. Genau. Und man hat auf der Seite, also ich kann euch das hier mal nochmal schicken, auf der IG Nobelpreis-Seite auch sehr schöne, nee, alle Fische, ja, nee, nur männliche Fische, natürlich Lauchpausen, nur männliche Fische. Auf der IG Nobelpreis-Seite hat man einen Text dazu geschrieben, dass man schon 1914 wissen hätte können, wenn man sich mit einem Masterpiece der Literatur der Schwedischen hätte auseinandergesetzt, wo dann schon drin stand, also es wird eine Abendstimmung beschrieben, die Fischer sitzen an der Küste und gucken aufs Meer und es ist, der Mond kommt raus und alles ist total schön und dann kommen Tausende von Tausenden kleinen Bläschen auf dem Meer, oder man weiß nicht so genau, wo sie herkommen, aber es ist an einem bestimmten Ort, also es ist eine, es ist halt ein Heringsschwarm, und es ist natürlich, man merkt, die Heringsmigration hat angefangen, das steht schon 1914 in der Literatur drin, aber während des Kalten Krieges wurden die russischen U-Boote verdächtigt, weil das zeitgleich am Anfang stattfand, und diese Heringsgeräusche, die werden mittlerweile auch mit Unterwassergleitern aufgenommen an unterschiedlichen Stellen, weil man wusste vorher nicht, dass diese Heringe so furzen können, also es ist einer der wenigen Fische, Salzwasserfische, es gibt noch einen Süßwasserfisch in Lateinamerika, der unbedingt furzen muss, weil der Algen frisst und ja, der würde sonst klatzen, er muss furzen, ja, zum Überleben, das tun wir Menschen ja auch, ja, ja, um zu überleben, furzen wir, um zu überleben, das ist eigentlich ein schöner T-Shirt-Spruch, egal, ja, furzen, um zu überleben, um zu überleben, ist auch nicht zu lang, ja, ja, ähm, es gibt dazu auch einen TED-Talk, den wir natürlich auch nicht zeigen können, den tue ich euch aber trotzdem auch mal rein, von dem Wissenschaftler, der das rausgefunden hat, weil die kamen dann Mitte der 90er Jahre, als sie immer noch russische U-Boote theoretisch in Verdacht hatten und gedacht haben, aber der Kalte Krieg ist jetzt schon lange vorbei, das kann ja jetzt nicht sein, ähm, und der schwedische Außenminister aber immer noch fand, dass das doch so sein müsste, dass es die Russen sind, so wie bei Werner, die Russen sind da, Eckhardt, aber nein, wir mal in den Keller gucken, ich glaube, die Russen sind da, genau, genau, ja, und der hat das dann gehört und dann ist er da drauf gekommen und hat eben nochmal neu geforscht und man geht eben davon aus, man weiß es aber immer noch nicht komplett bestimmt, ich habe jetzt noch keine aktuellere Forschung als die von 2003 oder so gefunden, man geht davon aus, dass eine Kommunikationsform innerhalb des Schwarms ist, zum sich zusammenrotten und die Tiere machen auch Fritt, wenn sie nicht an der Wasseroberfläche sind, dann aber nicht so häufig mehr, weil die brauchen ja Nachschubluft. Ah, ja. Zum Fritt, ja. Was ist denn FRT kurz für? Fritt? Fast, repetitive, tick. Schnell, wiederholender, tick. Dass auch extra so gewählt wurde, das Wort dann. Ja, würde ich auch sagen. Ja. Das denke ich auch. Gute Wissenschaftler. Ja. Ja. Es gibt tatsächlich ein richtig geiles Buch, ich weiß gar nicht, ob es das auf Deutsch gibt. Does it poop? Ja, does it fart heißt es. Does it fart. Es gibt auch Does it poop gibt es auch. Aber does it poop? Das kenne ich nicht. Does it fart heißt es. Das ist von zwei Wissenschaftlern, sie lebt, glaube ich, im UK und er in Amerika. Die haben sich noch nie persönlich kennengelernt, aber die haben jetzt schon mehrere Sachen zusammen gemacht. Also Kinderbücher oder auch Erwachsenenbücher. Ganz nett. Genau. Das ist der Typ, der das erforscht hat hier, gerade in dem IG-Nobelpreis-Dings da. Magnus Wahlberg. Genau. Ja, passender Name, ne? Wales and Herring Arts have a world book. Was sagen Sie dazu? Ja, in Süddänemark wird an sowas geforscht. Wer möchte, kann ein nicht ganz so korrektes, weil beim großen A gibt es dazu, als ich recherchiert habe, leider habe ich auch noch Underwater Farts, ein Ausmalbuch gefunden. Aber es ist nicht richtig korrekt, würde ich sagen, weil das, was ich da sehen kann, das ist immer an der Atemöffnung und nicht am Anus. Deswegen glaube ich diesem ganzen Ausmalbuch nicht. Das ist Quatsch. Ja. Genau. Und weil ich dann gerade bei Pupsenden Tieren war, kann ich dazu, there is more, kann ich euch noch eine sehr, ein sehr stinkendes Beispiel, das kann ich hier mal intern, dann kann man das auf einem großen Screen teilen, später, nämlich gleich. Warte mal, das muss ich schon wieder mit Umweg machen. Also, Manatees machen das auch, das möchte der Dugong nicht hören. Da kann ich mich auch noch mal besonders mit auseinandersetzen, da habe ich nämlich noch keine, keine offene, ähm, warte mal, muss ich das machen? Multitasking ist nicht mein Bestes. Äh, noch kein Video von gefunden, das man so richtig gut zeigen kann, aber ich habe jetzt hier kurz, André, im internen Chat hier einen Link für YouTube von einer Robbe und das ist, ähm, öffentlich und das stinkt auch gewaltig. Das darf ich zeigen oder darf ich das nicht zeigen? Ja, das kannst du zeigen, weil das ist, äh, OER. Also, das ist... Robben, Robben stinken leider auch voll. Ja, genau. Sie sind zu süß, aber sie stinken, so ist der Wahnsinn. Da kommt auch noch was raus. Ja. Nee. Ein Schaf. Ja. Wobei, ich glaube, das ist nicht so sehr zur Kommunikation gerade. Während die Fische das ja, also die Heringe machen das ja zur Kommunikation auch. Andere Tiere wie die Manatees, die sind ja zum Beispiel am Pupsen, weil sie dadurch ihre Schwebkraft im Wasser regulieren. Also, wie weit oben sie treiben oder wie weit nach unten sie. Ah, okay. Schlucken sie, schlucken sie dann Luft runter? Ich glaube, ja. Ja, davon gibt es auch Videos, aber ich habe da jetzt nicht, irgendwie müsste ich selber nochmal gucken, ob ich jetzt, ob eins von denen, die ich gefunden habe, weil ich habe einfach, ich bin dann zu exzessiv durch die Gegend gerannt. Ich habe viele tolle Sachen auf einmal gefunden und bin mir deswegen unsicher, ob die OER sind. Also, bei dem, bei dem geht. Alles klar. Es gibt auch Wale. Schöne Geschichte. Gerne doch. Sehr schöne Geschichte. Und alles ging los mit diesem russischen Atomoboot. Richtig. Das ist aus der Whisky-Baureihe, deswegen hieß die Geschichte dann Whisky on the Rocks. Ah, okay. Lauch Power meint hier, Muster zu erkennen. Furzgrunde war knacke, das stimmt. Das ist aber, das war früher nicht so, ne? Das war nicht so. Nein, nein. Wir haben, das ist nur eine Phase. Es ist, ja, genau. Wir sind in der analen Phase gerade. Mal gucken, ob wir wieder rauskommen. Ja, ich, ich anscheinend, weil ihr habt, ich habe das ja nur, weil, weil ich die Kommunikation von den Robben, die noch nicht so richtig gut erforscht ist, zu langweilig fand und dann bin ich auf Fischkommunikation und dann so. Ich hätte aber auch, ja, und die Wahlkacke kam ja auch nur, weil das Paper halt auch gerade rauskam. Ich habe, nochmal hallo an Remote und an, ähm, Laureen. Jo. Ja, hi. Ja. Hi, 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 hi. Fisch. Ähm, ich habe aber auch andere Unterwassergeräusche, die wir wann anders nochmal machen können ähm, und die sind von dem Tony, der diese Unterwasser noise. Nee, das ist dann, das ist anders. Das sind sich anbrüllende Schellfische. Oh. Mhm. Schön. Ich habe, ich habe auch noch, ich habe auch noch eine gute Unterwasser. Neues Geschichte. Cool. Die kann ich auch das nächste Mal erzählen. Okay. schreibt ihr auch. Ich werde da, ich habe, ja, das gleich mal merken hier. Ich schack. Wir nehmen übrigens aber trotzdem auch Themen an, also wenn ihr was anderes wollt, dann müsst ihr es halt sagen, ne? Ja, wenn jemand eine Frage hat oder ein Thema, was ihn unglaublich interessiert, es muss nicht mit Furzen zu tun haben. Ausdrücklich ist das nicht so. Nee, ich mache, nee, unsere Forschung ist nicht generell in der analen Phase. Ich mache auch gar keine Forschung. Ich, ich schreibe einfach nur. Also, ich forsche, ich forsche gerade gar nichts. Ich, ich recherchiere. Jawohl. Ich möchte es aufschreiben hier. Die Recherche ist in der analen Phase. Wir versuchen da wieder rauszukommen. Dann sind wir damit erst mal, dann wäre es jetzt ein guter Zeitpunkt für kurze Pause. Ja. Ja. Dann teaser ich mal das Experiment an. Also erst mal machen wir ein kleines Experiment nach der Pause. Mann. Und dann spielen wir A New Beginning, ein tolles Adventure von Daedalic. ist schon ein bisschen älter, aber geht, ist eine Klimaforscherin und ich habe es noch nicht angespielt und wir wollten mal was in der Richtung machen. Aber erst gibt es das Experiment und das Experiment hat hier mit zu tun. Aber was es damit auf sich hat, werden wir dann nach der Pause erfahren. Ganz genau. Ja. Sehr gespannt. Und ich habe es tatsächlich getestet, ob es funktioniert und so. Wow. Aber es heißt nicht, dass es funktioniert. Heißt, dass es einmal geklappt hat. Es hat mehrfach geklappt, aber ich habe es sehr oft ausprobiert. Ja, warte auf den Vorführeffekt. Ja. Also, kurzes Päuschen und dann geht es weiter mit dem Experiment. Bis wann? Bis wann? Pause bis wann? Ich drücke mal neun Minuten. Ja. Es ist 39, 48. Ja. Ich bin gespannt. 48. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich.